Ich habe etwas für Sie. Den Posten als Trainer in einem kleinen Club. Jetzt bin ich wirklich am Arsch. Beweck mich, was für ein Kraft. Erstmal möchte ich mit der Mannschaft gern allein sein. Wir sind die Mannschaft. Ich will Ihnen nichts versprechen, aber ich würde gern was versuchen. Ich brauche dich da als Stürmer. Ich spiele nicht mehr mit den Füßen. Ich bin jetzt Schauspieler. Ruf meinen Agenten an. Vorsicht, Tür! Ich habe einen Club für dich. Juventus. Wasser? Molin. In der Bretagne. In Großbritannien. Ich meine unsere Bretagne. Muss ich mich impfen lassen? Hartu würde mich auf der Stelle umbringen. Nicht mal meine Kinder dürfen Fußball spielen. Was hältst du von einer Talasso-Therapie für ihn in der Bretagne? Kein Fußball. Nein. Du wirst, dass ich sehkrank werde. Und du willst, dass ich drei Monate auf eine Insel mitkomme? Ich habe dir mal das Leben gerettet. Wie hätte ich denn wissen sollen, dass sie minderjährig ist? Mir hat sie gesagt, sie ist 32. Wie viel spucken die aus? 1000 Euro. In der Stunde? Nein, pro Monat. Scheiße. Ich habe eine Möwe plattgemacht. Alle auf den Platz. Wir kämpfen für Mullent. Das ist ja wohl ein beschissenes Logo, Obera. Du kannst nicht herkommen. Ich muss jetzt auflegen. Mein Fangobad ist fertig. Hörst du, ich bin schon drin. Okay, ich spiele nochmal. Unter einer Bedingung. Wir führen das Stück auf. Wenn Tom Cruise das sehen könnte. Los, Leute! Wie 98? Ja! Ja, so feiert man Siege. Mit Schinken-Käse-Kräppen. Spielt mit dem Herzen! Ich habe Kontakt zu einem rumänischen Stürmer. Ja und? Ihm fehlt ein Ball. Wir sollen Marseille besiegen? Was für ein Albtraum. Ich lasse einen springen! Springen? Wieso denn? Niemand springt. Er gibt einfach eine Runde aus. Aber warum will er dann springen? Er springt doch gar nicht. Wer springt dann? Er lässt einen springen. Für alle. Bis zum nächsten Mal. Es war ein Arzt,ήσ counter zum neuen Technologerna. businterAnders in der Ruhe. Steine, wenn uns die Flüten. Wie geht es zum nächsten Mal. Wir sehen uns! We candlehoot, Wasser, Wasser und zu sein. Wir sehen uns nicht wieder imaginar.